Jetzt überall im Handel. Fisch und Fang. Das Erlebnismagazin für Angler. Die April-Ausgabe. Und das sehen Sie unter anderem auf der beiliegenden DVD. Zurzeit sind im Forellenteich Mini-Blinker angesagte Köder. Deine Aufgabe? Fange mit den Dingern im Wildwasser. Drei Fischarten. 100 Euro stehen dir zur Verfügung. Bestell das Angelgerät dafür im Netz. Petri Heil dabei. Jan Lok und die Spoons heißt es in dieser Ausgabe. Schafft es Jan in 24 Stunden und mit einem Budget von 100 Euro, mit den angesagten Mini-Blinkern an Bach und Fluss gleich drei verschiedene Fischarten zu überlisten? Ja, ja, yes, 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 geil! Oh nein, der ist rausgesprungen aus dem Kescher. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Auch in der dritten Folge der aktuellen Profi-Liga heißt es für unsere fünf Profis wieder volle Konzentration. Wer kann in der erfolgversprechenden Abenddämmerung des ersten Angeltages noch einmal punkten? Ich muss lange überlegen, wann ich so viel Kapitale für schon an einem Tag gesehen habe und in der Profi-Liga schon gar nicht. Auf der Suche nach den besten Zanderspots bekommt Bürger Dohmeier dieses Mal tatkräftige Unterstützung aus Ostfriesland. Zusammen mit Matze Koch geht es in diesem Zanderkurs rund um das Thema kleine Kanäle. Für Jörg Owens steht fest, Dorsche mögen es gern laut. Wie man sich das als Angler zunutze machen kann, zeigt Jörg in dieser Ausgabe. Fisch & Fun – das Erlebnismagazin für Angler. Das Aprilheft – jetzt überall im Handel und natürlich wie immer mit Gratis-DVD.